Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen. Und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein zu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der, der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest. Und durch die wilden Tiere auf Erden. Und der, der noch eine Schaden hat gegeben. Und der, der Honors war der Tod. Und der, der noch eine Schaden hat. Und der, der da steht im Bett per den Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020